Boah, Fleisch war heute richtig gut, Mann. Mann, ich sag's doch, von unten schmeckt es am besten. Boah, war okay, nichts Besonderes, denke ich. Mann, ich finde, der Döner schmeckt überall gleich. Ja. Danke. Jo, die Rechnung ist da. Hä? Frau ruft da an. Bis gleich, warte. Muss mal ganz kurz auf Toilette, okay? Ganz kurz. Jo, ich hab meinen Guide im Auto, ich komme sofort, schuld schnell. Rechnung, bitte. Danke. Hey, Can, kannst du für mich auslegen diesmal? Das wäre nett. Hey, heute nur noch mal. Nächstes Mal... Dicker, ich gebe mich zu zweifeln. Das nächste Mal machen wir's. Es geht auf uns, das nächste Mal gehen echt auf uns. Nächstes Mal auf uns. Versprochen, versprochen. Yeah. Alter, wir sind doch Familien. Genau, genau das sage ich. Gleich noch, oder? Ja, gleich noch. Ja, gleich noch. Danke. Danke. Jungs, ich hab doch nichts gebeten. Ist das euer Ernst? Ja, danke. Ja, danke.